Gute Nacht, Opa Schlau. Fünf Flunkergeschichten zum Staunen von Tobias Pützer. Gelesen von Max van Thun. Teil 2. Der Drache Megapups und der Angriff der Wolkenfresser. Ein heller Blitz, ohrenbetäubender Donner. Luca springt vor Schreck aus dem Bett in Opas Arme. Keine Angst, mein Hase, da zieht nur ein Gewitter auf. Gewitter sind gruselig, findet Luca und kuschelt sich fest an Großpapa. Da hat doch bloß ein Drache gepupst, sagt Opa Schlau. Luca kichert. Drachen gibt's doch gar nicht. Dann hast du wohl noch nie die Geschichte vom Drachen Megapups gehört, fragt Opa Schlau. Nein, aber bitte erzähle sie mir, ruft Luca freudig und spitzt die Ohren. Der Himmel. Ja, aus was besteht der eigentlich? Luft und Wolken. Ein paar Vögel, Flugzeuge oder auch mal einen Heißluftballon gibt es dort zu sehen. Na ansonsten? Eben. Viel blau und weiß. Würde man allerdings von oben auf die Wolken hinunterschauen, beispielsweise von einem Satelliten aus, würde man etwas viel Spannenderes beobachten können. Die Wolken nämlich sind Drachenland. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was für ein unübersichtliches Gewusel da oben herrscht. Auf den großen Wolken stehen wundersame Drachendörfer, in denen jeder Drache sein eigenes Luftschloss bewohnt. Und das Unglaublichste ist, nicht die allzeit zitierten Wetterfrösche sind für das Wetter zuständig. Nein, es sind die Drachen, die das Wetter machen. Da sind zum einen die Heuldrachen. Das sind kleine, putzige Drachentiere, die bei der kleinsten Gelegenheit fürchterlich anfangen zu heulen. Ihre Tränen landen dann bei uns auf der Erde. Als Regen. Dann gibt es Lachdrachen. Die erzählen den ganzen Tag Witze und gackern wie die Hühner. Aber mit ihrem sonnigen Gemüt locken sie auch die Sonne hervor und bescheren uns warme Sommertage. Und anders als viele glauben, fressen Drachen weder Burgfräulein noch Schafe. Ganz im Gegenteil. Sie sind Veganer und ernähren sich ausschließlich von leckerem Wolkenschaum. Am liebsten geröstet, wie Weißbrot. Deshalb sind die kleinen Feuerdrachen besonders beliebt. Sie sind sowas wie die Küchentoaster der Drachenwelt. Wenn du am Himmel also große, tiefschwarze Wolken entdeckst, dann feiern die Drachen wahrscheinlich gerade ein Grillfest. Und da Drachenwolken fressen und gleichzeitig auf ihnen leben, benötigen sie ständig Nachschub. Da kommt Pedro ins Spiel. Er ist der Chef der Wolkenfabrik. Die schwebt hoch oben über dem Nordpol und hier verwandelt Pedro kleine Eisblöcke in wunderweichen, weißen Wolkenschaum. Das ist eine sehr wichtige, aber auch sehr einsame Aufgabe. Denn Pedro ist ein Pupsdrache. Die pupsen oft und viel. Manchmal kann man Petros Pupse sogar von der Erde aus erkennen. Sie wabern dann als grün glitzerndes Licht über dem Nordpol. Von der Erde betrachtet sehen diese sogenannten Polarlichter wunderschön aus. Wer aber schon mal in einen von Pedros Pupsen hineingeflogen ist, der weiß, wie sehr sie stinken. Selbst Fliegen fallen ohnmächtig vom Himmel, wenn sie in einen seiner Pupse geraten. Deshalb meiden die anderen Drachen Pedro und seine Wolkenfabrik. Hinter seinem Rücken nennen sie ihn sogar Stinky. Und so lebt Pedro ganz allein auf seinem Außenposten des Drachenlandes, verpackt seine frischen Wolken in große Pakete und schickt sie per Seilbahn in die Drachendörfer. Eines Tages jedoch kam eine Seilbahn voll beladen zurück. Niemand hatte seine Wolkenpakete ausgepackt. So etwas war noch nie passiert. Was war da los? Schnell steckte sich Pedro seinen Antipupskorken in den Po und machte sich auf den Weg ins Drachendorfer. Und so etwas war noch nie passiert.